Wir sorgen dafür, dass unsere Schülerinnen und Schüler im Freistaat Bayern auch unter diesen erschwerten Bedingungen weiterlernen können. Und vor allem stellen wir sicher, dass all diejenigen, die in den nächsten Wochen und Monaten Abschlussprüfungen vor sich haben, diese auch zu fairen Bedingungen abhalten können. Dafür stehen wir ein. Vielen Dank an unsere Lehrkräfte im Freistaat Bayern, an die Schulleiterinnen und Schulleiter, die uns dabei hervorragend unterstützen und großartige Arbeit leisten. Passen Sie auf sich auf und bleiben Sie gesund.